Nächstes Projekt, auch ein reines Willenprojekt, Sueno Arab Koi, ich tue mir immer schwer mit dem Namen Villas, gehen los bei einer Million, auch wieder sehr stylisch. Hier bin ich ein absoluter Fan von der Lage, ich zeige euch gleich, wo es liegt. Es sind nur sechs Villen, also sehr exklusiv, mit einem gigantischen Meerblick, gigantisch. Ich bin da schon ein paar Mal gewandert in der Gegend, vor allem auch mit riesen Grundstücken. 810 bis 1300 Quadratmeter Grundstücke, sehr luxuriös. Ich zeige euch mal einmal kurz die Lage. Dann fahren wir hier mal weiter Richtung Osten wieder, zoome ich wieder rein. Also für alle, die sich ein bisschen auskennen, hier vorne ist das Acapulco Hotel, relativ großes und bekanntes Fünf-Sterne-Hotel. Hier vorne ist das Fünf-Sterne-Alexus-Hotel, ziemlich luxuriös. Alle haben auch ein Casino und Beachclubs und frag mich nicht, also ganz, ganz viel. Und hier hinterm Acapulco, wo man hier weiter nach Girne reinfährt, geht eine Straße hoch. Und zwar wirklich steil nach oben. Die kennt ihr, wenn ihr von hier aus nach Nicosia fahren wollt zum Beispiel. Und von dort aus fahrt ihr dann hier rüber rein in diese kleine Siedlung. Aber da gibt es vieles. Da gibt es Fitnessstudios, kleine Geschäfte und so weiter. Und hier entsteht dieses Projekt. Jetzt schaut mal wieder rechts unten die Höhe. 200 Meter hoch. Also fantastischer Ausblick, weil sehr, sehr hoch gelegen. Dadurch, dass ihr hier diese große Straße, das ist quasi eine Schnellstraße um die Ecke habt, aber trotzdem weit genug entfernt, als dass ihr die nicht hört. Aber ihr habt sie halt nicht weit, seid ihr natürlich super schnell hier unten entweder an diesen Stränden, zum Beispiel von den Hotels und den Beachclubs. Oder eben auch hier Chamada Beach Club, übrigens auch ein richtig geiler Beach Club. Oder in der Stadt Girne drin. Also zentral gelegen, trotzdem ein bisschen abgelegen, sodass ihr eure Ruhe habt. Und vor allem weit oben mit einem gigantischen Ausblick. Also die finde ich wirklich richtig, richtig cool. Schaut sie euch an. Über zwei Stockwerke natürlich. Der Pool ist in dem Fall oben. Und die haben auch eine Besonderheit. Da kommen wir gleich nochmal zu. Also so sind sie aufgebaut mit viel Glas natürlich. Und jetzt kommt die Besonderheit. Der Eingang ist im oberen Stockwerk. Ihr seht, hier ist die Straße. Hier ist der Eingang. Und in dem Haus drin könnt ihr dann nach unten gehen. Nicht nach oben, sondern nach unten. Ich gehe nochmal einen Chart weiter nach vorne. Also das ist das Stockwerk, wo ihr von der anderen Seite von der Straße aus reingeht. Dadurch, dass es so hoch liegt, ist es relativ steil. Haben die das quasi nach unten gebaut. Das finde ich mega. Weil ihr habt hier unten natürlich auch komplett verglasst nach vorne. Und eine weitere Besonderheit. Da komme ich gleich dazu. Also hier sieht man nochmal den schönen Anblick von den Villen insgesamt. Alles sehr stylisch. Super Ausblick. Oben habt ihr natürlich auch eine Terrasse. Unten auch. Die Schlafzimmer sind hier in dem Fall unten gelegen. Auch da habt ihr einen geilen Meerblick. Das sind keine hohen Mauern. Das sind so Mauern hüfthoch. Da guckt ihr locker drüber aufs Meer. Hier nochmal die Anordnung. Sind wie gesagt nur sechs Stück. Ab einer Million. Und jetzt kommt das Besondere. Es gibt optional 85 Quadratmeter, die ihr dazu haben könnt. Ich erkläre euch auch gleich, wie das ganz gemeint ist. Die ihr zusätzlich nutzen könnt. Als Sauna, Indoorpool oder Kinoraum. Eher nicht als Schlafzimmer. Weil da hat es keine Fenster. Aber die sind halt zusätzlich. Ich erkläre es euch nochmal, indem ich nochmal einmal zurückspringe. Also hier unten im unteren Stockwerk ist ja alles verglast. Das ist ja auch super cool. Dahinter gibt es aber auch noch eine Riesenfläche. Und die könnt ihr optional dazu bekommen. Entweder macht ihr da abgeschlossene Räume. Indoorpool oder so. Meine Idee wäre ja, okay Indoorpool zum Beispiel. Schön und gut. Aber Glaswand zu den vorderen Räumen. Wenn euch das nicht stört, dass ihr da halt rein und raus gucken könnt. Oder ihr macht es halt komplett dicht und sagt, da ist halt die Sauna drin. Oder was auch immer, wo ihr keine Fenster braucht. Also das ist hier optional. Könnt ihr dazu bekommen. Dann habt ihr noch mehr Fläche. Und ihr habt eh schon 410 Quadratmeter Nutzfläche. Also die Villen sind echt riesig. Ja, vier Schlafzimmer ist da glaube ich kein Problem. Bei 400 Quadratmetern. Nicht zu vergessen, da zählen alle überdachten Bereiche dazu. Auch die Terrassen, die überdacht sind, die zählen da mit dazu. Alright. Gut, ich glaube es ist alles gesagt. Reservierung 5000, wieder 35, Downpayment 65 bis zur Schlüsselübergabe im Juni 2025. Bei Interesse gerne eine Anfrage schicken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.